Ich will einfach jetzt nicht ein ganzes Jahr wieder allein sein. Wie alt bist du eigentlich? 22. Wolltest du eigentlich alleine oder in der WG? Cheers! Nee, mit meinem Freund zu sein. Ich weiß einfach gerade nicht, ob ich das so will. Sina, eine Beziehung. Du bist meistens into guys, oder? Ja, ich bin gay. Alexis ist gay, auch. Er ist der meisten straight-gay-Guy ich konnte finden. Ich bin gar nicht. Ich bin gar nicht. Ich bin gar nicht. Es ist einfach über die Hoffnung. Es ist schwer, zu finden jemanden, die du kannst. Und trost. Bis zum nächsten Mal.